Hallo! Vergessen wie ich heiße. Hallo, hier ist euer Chief Office... Ach, scheiße. Hörst du mich gut? Für dieses Wochenende gilt es besonders... Junge, dein Ehren? Siehst du meinen Zettel? Ja. Siehst du den jetzt auch? Soll er das nicht einpacken? Ein wenig... Quatsch. Kinder einen Ball in den Eimer geworfen haben. So, damit es auch genügend zum Knabbern wird, nehme ich Chips noch damit. Damit dabei... Wort nehme ich... Wird haben... Sätze vollendlich ist nicht meins. So, damit wir... So, damit wir... So, damit wir... Wenn ihr genauso gut singen könnt, wie ich gerade im Auto, dann schickt uns eure Wien. Aber das ganze wäre natürlich nicht passiert, jetzt ist es mein Fehler. Na Klopapier haben wir hoffentlich alle. Wir müssen wieder umdrehen, dass sich das auf Stopp geht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt gehts zum... Das ist nicht euer Ernst. Niklas steht dahinter. Soll ich wirklich? Ja, mit Schwung. Ähm, du hast mich abgemacht. Warte, warte ich hier. Jetzt muss ich mir anstrengen. Sorry, Jungs. So, jetzt nicht der Text, den ich sage. Hallo. Ja, das können wir weiter machen. Aber gut, das ist das erste Mal. Ich würde es nochmal machen gerne. Nein. Blöd, Mann. Dann! Dann. 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 Vielen Dank.